ja fuck ich sollte ihn vielleicht erst mal so ein bisschen weglocken damit ich ähm damit der zweite nicht kommt oder ist er schon da? nö, irgendwie nicht, ok ich spiel jetzt mit meinem goldenen Heiligen dann geh ich wieder auf die zweite Wunden und dann fahren wir mal weiter naja, kommt sofort, super ok, dann haben wir schon ok, das ist, jetzt haben wir gute Chancen los, goldener Heiliger was zur Hölle? wo? ah ah au! down ja natürlich oh yeah sehr schön au und röss mich auf einmal wieder an ok goldener Heiliger nein hör auf ich jetzt ach sterb ich lebe um zu dienen schön für dich Husky wie ein dreckiges Knochenmehl yay das ist ja auch nichts genau yay sorry, dass ich ins Mikro reingepuselt habe aber ich bin grad etwas genervt wie ihr euch vorstellen könnt naja, ich sollte mich ähm ich heile mich wieder schnell mit der Leute ähm jo, haben jetzt ein bisschen gewartet haben mich ein bisschen geheilt speicher jetzt noch schon mal was da oben auch immer auf mich warten wird und sieht nicht nett aus ah ja, ok warte, das heißt jetzt ich muss immer zu so einem super mega ultra Teil gehen und dann Bernstein bekommen und ähm warum ach so, ok gut, dann gehen wir mal zurück weiß ja auf jeden Fall wie der ganze Scheiß jetzt abläuft ist das schon mal gut dann müsste es jetzt wenn ich da dann in dem Raum dann nach rechts gehe sollte es doch logisch scherweise irgendwie mhm obwohl natürlich der Weg der logischere wäre aber das heißt ich setze es mal beide aus so ich hoffe mal das ist richtig es geht schon mal in die wow aber schon mal das ist ein Faktor der mir sagen könnte dass es hier auf jeden Fall schon mal nicht war da da dämlicher Köter so ach ja genau ich habe ja eine Fackel hier bin ich richtig sehr schön die MS-Membran aber auch so wo geht es jetzt weiter da ok wieder zurücklaufen kein Ding kein Problem hey jo ich sag hey wenn ich irgendwo runter springe und dabei verletzt werde das ist natürlich das zeugt von meiner Intelligenz finde ich oh oh man ich bin so ein schlauer Bursche tö tö der muss einfach sein ja blöken jetzt so ein wunderbares Spiel wunderbar ich bin aber immer noch scharf am überlegen soll ich jetzt wirklich ähm die gesamte Rüstung vom Wahnsinns erst farmen das wäre natürlich ein bisschen sag mir bitte hier ist die Zugschote wow wow das will mir nicht behagen Leute und das behagt mir auch nicht hier könnte ich sogar mal richtig sein oder bin ich hier sogar richtig auf jeden Fall ein bisschen Geld und Seelenstall ja hier war noch kein Gegner hä hier sind ja gar nichts eine Sackgasse ich werde verarscht jetzt kommen wahrscheinlich gleich übelst die die Gegnermassen die mich da so mit einem Schlag umhauen und what the fuck ach da ist ja noch ein bisschen hin leitet mich dieser Wind auch? oh nein gefräßiger Hunger wie lustig ach der Hunger kann blocken auch nicht schlecht uff ach der Hunger kann blocken auch nicht schlecht Hungerzunge skurriles item egal heal 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 und noch ein heal Sprecher und zack bam hui 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 ich glaube schon relativ richtig hoff ich hier geht's dahin und natürlich uah geil hier geht's dahin und natürlich so da ich jetzt nicht weiß ob das wie ich noch andere Kollegen da hat schieße ich jetzt jetzt nur mal an es hat andere Kollegen uah 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 komm schon stirb ja 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 jam komm komm gucken uah 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 Ich speichere oft, aber hier kann man echt nie wissen, Leute. Das wisst ihr ja selber. Hä? Wie jetzt? Och, nö. Sag mir nicht, ich muss jetzt irgendwas suchen, oder... Irgendwie so. Hier muss irgendwo was sein, aber wo? Ja, geil. Wow! Komm, der war mal her. Geht's noch? Die Mistfee. Komm, 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 komm! Ja, ja, jetzt Revenge. Off-Matter-Health, was ich... Du dämlicher Hunger. Irgendwas ist da, aber... Ich kann nicht genau sagen, was ist diese Wurzel, aber... Was genau soll man hier nehmen? Also, mal schauen, vielleicht muss das irgendwie... Passwort bescheuert. Was ist denn geschlossen? Ähm, na... Nein. Hm, 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 hm. Da will ich jetzt sagen. Ich muss Blutlie... Blutlieg... Ja. Die Essenz des Atems. Das könnte natürlich sein, dass das das ist. Hey, Essenz! Wie soll die Essenz des Atems anfangen? Ja, wahrscheinlich darf ich dem Atem folgen. 100 pro. Irgendwer will, dass ich hier lang gehe. Das gefällt mir nicht. Atem, warte auf mich. Hoffentlich bedrückt mich dieser Atem auch nicht. Das muss mir natürlich ziemlich schlecht werden. Ja, ja, ich... komme ja schon. Mann, ich brauche diesen Atem. Hier unten, Hunger. Ich habe auch Hunger, aber... Ich weiß, Atem. Mir fällt gerade was ganz Dämliches auf. Etwas, das mir für früher hätte auffallen müssen. Schlecht. Very schlecht. Down. Lade ich mal das hier. Weil, warte, der Atem will, nass ich. Da lang. Warte es doch. Ja, okay. Dann heile ich mich mal wieder schnell. Bis gleich.